Hallo und Willkommen zurück zu dein Kraft hier auf der City Build mit Zahlen im Namen Hochzehn. Hochzehn, was ist das denn? Warte mal, ähm, was hast du gerade gesagt an Geld, wie viel hast du? 81. So, komm mal her, dann traden wir mal. Jetzt musst du wieder hier trade accept, ne? Hab ich. So, jetzt muss ich selber erstmal gucken, jetzt gebe ich dir einfach mal, wo steht denn das dann? Ich gebe dir mal 400. Musst du auch akzeptieren wieder, ne? Rechts klick da auf die braunen Balgen oder Glasscheiben. Das geht nicht. Ach jetzt. Thema. So, jetzt müsstest du 400 bekommen haben. 380. Hä? Das ist doch Beschiss. Da gehen wahrscheinlich, äh, Steuern drunter. Steuern. Ja, das ist voll die Wirtschaft hier. So, jetzt gehen wir in die Mall. Lass die Tür zu. Sonst kommt Siki rein. Wurscht. Der alte Stalker. Ist er denn online? Ja, ja, komisch. Irgendwie heute hat er noch nicht genervt. Weißt du, was vorhin das Problem war, warum es am Spawn nicht ging? Bei mir. Ich hab Spawn wirklich immer falsch reingeschrieben. Wie hast du denn Spawn geschrieben? S-P-W-A. Oh, nee. Oh, das geht nicht. Mann, was ist das für eine Scheiße? Erst ausrasten? Ja. Wie bleibst du denn hier in der Mall? Bin doch schon da. Ah, hä? Ja, du musst immer die 5 Sekunden warten, weil du keinen VIP hast. Ich bin jetzt irgendwie am Spawn, aber diesmal hab ich Mall eingegeben. Hä, was ist das bei dir? Gib einmal nochmal Mall ein. Also Warp Mall. Ach, Warp. Pass auf, jetzt wollte er Mall eingehen, hat Spawn eingegeben. Hab ich auch. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wo es hier eine gute Angelroute gibt, weil wir wollen ein bisschen angeln. Ein bisschen. Fische rausziehen. Was ist denn das? Sag ich es später. Das ist halt einer, der macht halt immer, also der moderiert LoL-Videos und so weiter. Und bevor die dann immer, also die Games, die moderiert er, was wir halt auch schon mal geschaut haben. Und bevor die immer anfangen, die Games, erzählt er immer aus seinem Leben. Und der ist halt, der ist halt, also in Leipzig aufgewachsen, also hat so einen leichten Dialekt. Und ja, das muss man immer einsehen. Da gibt es halt mehrere Geschichten, manche sind auch ein bisschen langweilig, aber da gibt es auch manche Sachen, die sind echt lustig. Ja, weil der ist so eigentlich total durchgeknallt. Und einer sagt dann so, ach, zehn. Hier, diese Fishing-Rot kannst du dir kaufen da. Da hast du 3, 3, 3 drauf. Reicht das vom Geld? 450? Wo ist denn ein Fisch? Ach, hier. Nee, nicht die, hier, die, wo ich davor stehe. Klick einfach mal auf das Schild. Keine Vorräte drin. Oh, was? Also, Wallon-Projekts hier, das schleift, ne? Hier hast du eben nicht so eine ganz gute. Guck mal, ob hier eine drin ist. Haltbarkeit 3, Glück des Meeres 2. Doch, zehn. Nee. Boah, was? Macht doch euren Shop zu, ey. Warte mal, da müssen wir in die Mall gehen. Ich gucke jetzt überall. Nee, nicht, ach komm, diese Billigangeln brauchst du nicht. In der Mall müssen wir jetzt gucken. Aber da muss man halt immer ein bisschen suchen, ne? Ich hab letztes Mal eine Spitzhacke mit Behutsamkeit gesucht. Vor allem, erst wollte ich eine Schaufel haben. Aber ich glaube, auf die Schaufel geht es gar nicht drauf, ne? Behutsamkeit. Weiß ich gar nicht. Ist das schon wieder draußen? Nee, in der Mall bin ich jetzt. In dem großen, in dem Einkaufszentrum. Oh, warte, ich komme. Das ist eine Mall. Ja, ich hab aber dann fast im letzten Shop... Boah, mega leck hier immer. Hier leckt es immer ein bisschen mehr. Ja, bei dem fast letzten Shop hab ich dann eine Behutsamkeit-Spitzhacke gefunden. Da konnte ich die grünen Grasblöcke abbauen für meine Blumenkästen. Nice. Ja, war richtig nice. Also hier gibt es irgendwo auch einen Angenladen. Da müssen wir mal gucken. Da gehe ich einfach mal auf der anderen Seite lang. Sonst gucken wir ja eh das Gleiche an. Das war hier dieser Zauberbuchladen. Das war irgendwelche Blöcke. Ja, manche sind ja auch einfach komplett leer. Ja, du musst es eigentlich in 24 Stunden aufgebaut haben. Hier gibt es eine Fishing Rod, aber eine ganz einfache. Der Shop, aber der ist cool. Also hier, so finde ich es am besten. Übersichtlich rein und dann hast du einmal, drehst du dich im Kreis und siehst alles, was er hat. Darf ich hier gucken? Ne, da habe ich schon geguckt. Wir gehen einfach mal eine Etage nach unten. Spring ich einfach gleich in den Teich. Boah, hier ist aber dunkel. Hier ist ja offen die Mauer. Ja, das Ordnungsamt hat hier wahrscheinlich gewütet. Die haben gesehen, dass hier keine aktiven Shops drin sind und dann werden die wieder gelöscht. Oder die sind selber, weil die laufen ja immer nur sieben Tage, die Mieten, glaube ich. Musst du dann verlängern. Oder ich weiß nicht, ob sich das automatisch verlängert. Da hinten ist noch was. Die Banner. Ach so, das ist der Banner-Shop. Nein, da hinten war ich schon. Okay. Dann müssten wir ja hochgehen. Ohne Limit. Der Typ, der bedankt sich immer, wenn Leute in seinen Laden reinrennen und irgendwas kaufen. Da steht er wirklich den ganzen Tag da rum. Ey, meint ihr nicht, dass das irgendwie automatisch so reingemacht ist? Ne, glaube ich nicht. Der ist wirklich immer da vorne. Ich bin mal ganz oben. Weil hier gibt es auch noch so Mini-Shops. Beste Angel im Spiel. Ah, hier hast du auch eine Dreier. Die kostet 550. Musst du mal hochkommen. Und jetzt hinter dir. Aber 550 würde nicht reichen. Ne, dann gib ich dir noch was. Wie brauchst du denn da noch? Du hast eine Trade-Anfrage. Ich glaube, 460. Ah, jetzt. Da gebe ich dir jetzt einfach nochmal 500, da hast du ein kleines Startkapital. Wie brauchst du? Irgendwas mit 3000. Ich spare ja eigentlich für eine VIP-Insel. Die kosten 5000 Deinmark. Und die werden sogar von Sven persönlich übergeben. Wow. Hast du die jetzt gekauft? Ging das? So, okay. Welche meinst du? Genau hier, wo ich davor stehe. Deine Vorräte. Alter. Sag doch mal was, Bilder, Timo. Könnte mich ja jetzt richtig im Chat mal aufregen darüber. Buch mit... Ach so, das sind Bücher. Hier unten gibt es noch andere. Gute. Haltbarkeit, 3. Hä, wo? Ach da. Aber das ist nur Haltbarkeit. Ja, was ist denn so das Beste? Ja, am besten ist, wenn du überall 3 hast. Haltbarkeit, Glück des Meeres. Und was war das dritte? Was stand doch bei ihm gerade dran hier? Und Köder 3. Ich frag mal. Oh, nicht 2, 2, 2, 3, 3, 3. Angeln. Wie ist das ein Laden? Ist der da? Ne, ich frage jetzt hier einfach in dem Gebiet. Ach, ist das ein Laden? Das ist der hier, ja. Ach so. Ja, füll auf, Junge. Warte mal, hat er wohl schon? Ah, ist schon drin, guck mal. Ne. Jetzt? Guck dich nur an. Ne. Ist voll? Hä? Darfst du? Ne. Ist nicht voll. Diesem Shop sind die Vorräte ausgeladen. Vorräte alle. Musst du schon auf die Truhe klicken, oder? Ne, hier vorne auf das Schild. Ja, mach ich ja. Ne, wenn das schon da steht, Vorräte sind aus, dann klickst du ja richtig. Ja, geht aber nicht, Junge. Pack mal mehr rein. Keine Ahnung. Oder das Schild neu platzieren. Ja, stimmt. Danke für den Tipp. Guck mal, da oben siehst du in der Ecke die Kamera? Andere Ecke da, wo ich hinguck. Also, wenn wir uns wirklich darüber sehen, würde er. Nein, natürlich nicht. Das steht ja hier. Da. So, jetzt musst du erst mal das Zeug da wieder dran schauen. Ach, er hat es kopiert wahrscheinlich. Er hat es teurer gemacht. Nein, Spaß. Geht immer noch nicht. Warte, ich glaube, er macht die Angle jetzt rein, oder? Hat er das falsch geschrieben? Du darfst das auch nicht so machen. Hä? Meint er mich, oder wen? Nee, ich glaube, er meint ihn. Hat er da irgendwas hier? Oh, zehn. Ach so. Ja, weil die ja ver... Die Fishing Rod ist ja die normale, weißt du? Was da unten drunter steht, ne? Wie hier Iron Sword. Wenn er das aber verzaubert hat, das Iron Sword, muss er da noch dieses Fragezeichen mit dran machen. Komm. Sonst geht es nicht, Junge. Das geht nicht. Jetzt habe ich es. Okay. Danke. So, und jetzt gehen wir wieder zum Spawn. Also S-P-A-W-N, ja? Nicht S-P-W-A-N. Spawn. Wollen wir denn heute Abend noch Dings zocken? Auf jeden zocken wir das noch. Ja. Habe ich voll Bock drauf. Aber ich glaube immer falsch. Meinst du COD oder S-P-A-N, dass wir hier vom Falsch reden? Ja, ich eigentlich habe Bock auf COD. Ja, ich auch. Also Leute, nur damit das wisst, wir zocken da die Koop-Kampagne bei COD 2. Aber irgendwie macht es voll Laune. Zu zweit ist einfach nochmal richtig geil bei dem Spiel. Ja, wenn ihr wollt, dass wir es aufnehmen, gebt einen Daumen hoch. Ja, da hätten wir aber von vorne aufnehmen sollen. Ja, da fangen wir von vorne an. Bei 20 Daumen hoch machen wir es. Ja, dann zocken wir heute erstmal noch so. Und wenn 20 Daumen hoch sind, dann nehmen wir das auch auf. Now! Aber unter diesem Video. Genau. Hochzehn. Hochzehn. Daumen hochziehen. Ja, hier können wir jetzt angeln eigentlich, ne? Ja, geil, wir wollen angeln. Ich habe meine vergessen, aber du kannst ja hierbleiben. Ich gehe mal nach Hause. Da ist er. Schönes Haus. Front ist fertig, kann keiner abreißen. Weil wenn du jetzt ganz lange, ich glaube vier Wochen, an deinem Haus nichts passiert ist, ne? Ja. Dein Grundstück, du hast jetzt wahrscheinlich nur unten so die erste Etage gezogen, dann ist das Grundstück weg. Ob du das Geld wiederkriegst, weiß ich jetzt nicht gerade. Hat sich hier eigentlich was geändert beim Angeln? Durch den Patch? Oh, es ist gewittert. Ne, ich glaube nicht. Du siehst im Wasser halt, wenn die Fische am Anbeißen sind, ne? Ja, das ist Standard. Kriege ich was für die Fische? Den kannst du dann braten. Also außer die, den Nemo-Fisch da, den Clown-Fisch, den kannst du so verkaufen. Und was war das andere? Kugelfisch. Ähm, ja, den Kugelfisch. Den kannst du auch so verkaufen. Kabeljau und, äh, jetzt weiß ich auch nicht, wie der andere Fisch heißt, die man braten muss. Die musst du halt braten, dann kannst du die verkaufen. Hochziehen. Ja, musst du hochziehen, wenn's wackelt am Ködern. Am Köder? Am Ködern. Ja, musst du anfüttern. Wir fahren ja jetzt bald in Spreewald, ne, über Himmelfahrt. Oh, freu ich mich schon. Wer denn? Oh, Rauls, Biggie. Ach so, die Bande. Genau. Ja, Andi kommt noch mit. Mario, Mühe. Und ob Doreko mitkommt, weiß ich gar nicht. Der sagt uns das heute erst, ob er frei bekommt. Himmelfahrt oder wann? Ja, vom Donnerstag bis Sonntag. Ich dachte eigentlich schon, dass ich dieses Jahr zu Hause bleib. Weil sonst war ja immer Clan-Treffen, ne, mit GF. Ja. Ähm, aber ich wusste es ja noch nicht. Die planen das ja eigentlich immer recht früh. Ich glaube, aber dieses Jahr fahren die selber alle nicht. Vorm Clan. Und dann dachte ich, dass ich dieses Jahr zu Hause bleibe. Und dann haben die jetzt gesagt, dass die da hinfahren. Ja, ganz spontan. Habt ihr nicht Bescheid gesagt? Hab ich mich echt gerade kurz gewundert. Wieso weiß ich davon nix? Willst du mit? Naja. Wieso nicht? Ich muss arbeiten. Was kann sein, dass ich Pfingsten nach Sachsen komme? Pfingste? Mal schauen. Hab schon drei. Ja, auch. Roher Lachs und roher Kabel. Ja, und du kriegst ja hier auch Level fürs Angeln. Aber das kann man auch irgendwie aufrufen. Aber ich krieg das irgendwie jedes Mal nicht hin. Was aufruft? Ja, diese, du kriegst für Bergbau, kriegst du Punkte, ne? Also so EP. Und dann, wenn du einen bestimmten Level überschritten hast, also eine bestimmte Menge an EP hast, dann siehst du dann, wie rechts sowas aufleuchtet. Du bist jetzt Level so und so. Mit so und so vielen Punkten. Und dann gibt es auch eine Scorelist. Also wer top und top ist, kannst du alles angucken. Eine Schallplatte habe ich, eine rote. Die habe ich schon. Angelt? Ja, die Schallplatten habe ich alle hierher aus dem Angel, aus dem Teich. Ich wollte schon sagen, aus dem Angelladen. Bei Naumann. Genau. Beißdommer. Komischerweise sehe ich gar nicht, wenn die drauf los. Ne, das sieht man auch nicht. Ich glaube nicht, dass das echt so ist. Wenn man die sieht. Von der Grafik her. Ne, sonst sieht man eigentlich immer im Wasser, wie dann halt so Wasserblasen da hingehen. Zu deinem Köder. Also am Texture Pack liegt es nicht. Jetzt habe ich eine Holzachs. Die kannst du gleich wieder haben, ein röder Teich. Du Tümpel. Das ist eigentlich nur ein Tümpel. Was war denn das? So wie so eine Scheibe. Achso, da hast du irgendwie einen Trank. Da gibt es dann irgendeinen Trank, dann steht dann da, du stinkst. Ja genau, hier stinkt etwas. Achso, hier stinkt etwas, genau. Und dann gibt es noch, du kannst auch Bomben rausziehen, also TNT. Und dann steht dann, glaube ich, da, Carpador setzt Platscher ein. Das passt ja zu deinem Skin. Ach nee, passt ja nicht. Das ist ja Dragon Ball, oder? Klar. San Gohan. Auch 10. Und alle, die nicht wissen, was San Gohan ist, schämt euch. Ja, echt mal. Hotel near Spawn wird verkauft. Ja, schön für dich, Blackweed. Ja, aber wegen Schweden müssen wir da nochmal quatschen, ne? Ja, aber bei Belinda haben sich ja die Tage geändert. Und muss ich halt schauen, weil ich kann da beim Urlaub nichts machen. Der steht fest. Ich kann ja also ab dem 25. Ja, da hat sie ja gesagt, dass sie dann in Südschweden sind. Da kann man ja spontan so ein paar Zimmer nehmen, ne? Wir müssen ja auch nicht eine ganze Woche hin. Nee, das sowieso, wenn es fünf Tage ist, sowieso knapp. Also, aber allzu spontan sollte es das halt auch nicht sein, aber... Ja, ist auch die Frage, wie kommen wir da hoch und von wo machen wir dann rüber? Ja, das stimmt. Wir wollen nämlich über die Brücke fahren, die Öresonbrücke. Die Frage ist, fahren wir mit unserem Auto? Oder gucken wir, dass wir anders bis nach Hamburg kommen, irgendwie, und ab da in Mieten, ne? Das muss man alles am Auskaspern. Ich denke auch. Also, mit meinem kann ich nicht fahren, der geht mir auf den Sack. Was ist jetzt schon wieder los? Es quietscht vorne. Es klingt ein bisschen wie die Bremsen, es können nicht die Bremsen sein, die habe ich letzten Sommer gemacht. Vielleicht ist es das Stoßdämpfer, irgendwas, ich weiß es nicht. Und ich habe aber keinen Bock jetzt in die Werkstatt, ich fahre erstmal weiter. Wenn Sie sich vom Motorraum kommen, wie das beim letzten Mal war. Ne, das nicht, das ist irgendwas bremst. Ja, das Quietschen, sowas nervt mich. Das Quietschen macht mich richtig aggressiv, aber ich habe keinen Bock. Ich bin ja, seitdem ich das habe, ich weiß nicht wie oft, ich habe das ja nicht mal, jetzt gerade mal zwei Jahre, oder ein bisschen mehr als zwei Jahre, das Auto. Also, ich bin bestimmt alle zwei, drei Monate in der Werkstatt. Die ersten anderthalb Jahre war es egal, weil da muss, also halbwegs egal, man musste sich nicht zahlen. Aber jetzt ist die Garantie abgelaufen, jetzt muss ich jeden scheiß zahlen. Ja. Und ich hatte jetzt Anfang des Jahres die Kacke, oder wo ich Weihnachten da war, bei euch. Jetzt hat mich 500 Euro gekostet, jetzt dann die Handbremse hat mich auch 200 Euro gekostet. Jetzt kann ich wieder was machen für 500 Euro, da habe ich keinen Bock. Die Handbremse? Ja, die Handbremse hat sich bei mir nicht mehr gelöst. Alter. Das war vom Italienurlaub. Da bin ich dann mit leicht angezogene Handbremse zur Werkstatt gefahren. Boah. Ja. Und ja. Vor allem 200, Alter, mussten die den Bautenzug neu ziehen? Nee, 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 nee. Eigentlich 150, dann 40 Euro Mehrwertsteuer. Also, weißt du, bist du bei 190. Ist trotzdem krass, 150, mussten die komplett neu machen? Ähm, die, ja, der hat die, das ist... Es sind ja so Seile dran an der Handbremse. Ja, ja. Und die Seile sind neu. Oh, na gut, das kann, da musst du ja komplett durchziehen, das kann schon sein. Ja, der hat ja gesagt, wenn es nur die Seile sind, geht und wenn es noch was anderes ist, ja. Und, ja, aber allein die Bremsen, ich hoffe, dass es diesmal nicht wieder die Bremsen sind, die fühlen sich schon ziemlich abgefahren an, kann aber eigentlich gar nicht sein, weil ich habe die letzten Sommer erst neu gemacht. und ich bin jetzt seitdem knapp 15.000 gefahren und das sind ja auch noch spezielle Sportbremsen. Kann eigentlich nicht sein, dass die schon wieder runter sind, also... Das darf eigentlich nicht sein, nee. Da musst du mal richtig die Handbremse hochziehen. Ja, na gut, Leute, ne? Das war mal so ein bisschen, äh, ein bisschen blöde Quatsch beim Angeln. Auch 10. Und wie gesagt, wenn wir Call of Duty aufnehmen sollen, ne? Koop, Call of Duty 2. 20 Daumen nach oben müssen es sein, dann machen wir das mal. Ne? Also, wir sehen uns im nächsten Part, wenn ihr wollt. Haut rein, bis dahin. Tschüss. Jawohl. Tschüss.